Was ist das? Sag mir einfach, es ist für die Kinder. Ich bin ihre Tante und sie sehen mich so gut wie nie. Das kann ich nicht annehmen. Weike, du kannst es gebrauchen, mit mir fehlt es nicht. Ich überbuche es einfach als Spende, aber er hätte es genauso gemacht. Danke. Im Moment sind wir wirklich sehr knapp. Außerdem wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Was denn? Ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich werde ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Thomas es machen. Spielst du? Oh, die Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Ich bin jeig. Das ist doch immer im Moment. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.